Musik Walter Schmocker ist der Ohrvater von diesem Festival hier der Leiter und der Organisator der Long Noir Jazz Nights Was ist der Unterschied zu diesem Festival hier im Vergleich zu anderen Jazz Festivals? Der Unterschied ist, dass bei uns wie Jazz gespielt wird an den anderen Festivals die meisten nennen sich nur Jazz Festivals und laufen die kommerzielle Musik vor allem Wie hat sich das Festival in den letzten Jahren verändert? Das gibt es ja mittlerweile schon seit 25 Jahren Ja, wir haben angefangen im Kurzzentrum Dorfberg mit 20 Studenten, 4 Lehrern einfach im kleinen Rahmen Mittlerweile sind es 25 Lehrer 120 Studenten 120 Helfer also es ist ziemlich grösser geworden Das Festival ist in verschiedenen Orten organisiert einerseits hier und auf der anderen Seite in der Kupferschmitte Was gibt es an den unterschiedlichen Orten zu sehen oder zu hören? Also hier auf dem Feimeritplatz sind Studenten erstens, die spielen die durch den Tag durch an diesen Kursen, in diesen Workshops die Stücke einstudieren und die dann hier vortragen öffentlich und ab den 7ern machen wir hier ein Junior Jazz Meeting ein internationales mit Gruppen aus England, aus Deutschland, aus Italien, aus Österreich und ganz Europa und äh das ist für Musiker unter 24 also das ist ein Festival das es in meiner Namen so viel ich weiss auf der ganzen Welt nicht gibt Ihr seid selber auch Jazzmusiker und habt hier ein Anliegen das ganze Metier den Jungen etwas näher zu bringen wie macht ihr das konkret hier an diesem Festival? Ja, das ist mir ein grosses Anliegen dass unsere Musik eben auch den Jungen näher gebracht wird und das passiert leider viel zu wenig die Jungen kennen das gar nicht es sind DJs, Könige es sind sehrige Sachen angesagt die Medien bringen auch meistens die kommerziellen Sachen darum ist es ganz wichtig dass wir den Jungen zeigen die Musik näher bringen und zwar mit international renommierten Pädagogen und Musikern die so unterrichten sie können sich am Abend in den Kopf verschmitten und dort spielen Top-Bands die sich hören können und so so finden den Zugang zu dieser Musik 100% und so die 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 Vielen Dank.